Ja, willkommen zurück zu den Inkas. Wir haben hier in unserem Mainkolonies Mod schon mal das haupthaus, die Bauhütte und die Mine gemacht und jetzt sind wir am Holzfäller bzw. Förster dran und er arbeitet sehr intensiv langsam. Ich habe gemerkt es geht doch über zehn. Hat er schon über zehn? Ja, du hast kein Haus, ich weiss. Hallo zusammen, wir befreien. Es gibt ein paar Neuerungen und das finde ich ziemlich cool, ich bin sehr sehr motiviert und zwar könnt ihr, er hat das noch nicht bei diesem Haus. Diese Liste könnt ihr einfach auf den Knopf drücken, dann habt ihr alles, könnt ihr reinschieten im Kreativ-Modus, denke ich mal. Im Server-Modus geht es natürlich nicht, aber das würde uns ein bisschen schneller vorwärts machen lassen, oder? Wir brauchen die Items nicht mehr aus dem Kreativ-Modus, Inventar, also da rausnehmen, können wir es einfach reinschieten. So und wir wollen hier auch eine schöne Umgebung haben und ich war jetzt in den letzten Parts noch nicht so sicher, wie die Häuser so aussehen, also ich will sie an die Häuser anpassen, die Umgebung. Da müssen wir einfach noch ein bisschen schauen, wie viel und wie lange wir das machen, also wie wenig wir noch machen, bis wir es mehr machen. Und ich habe nämlich sehr sehr viel Lust einfach zu bauen nebenbei, wenn wir auch einfach die Gebäude nicht mehr so zusehen müssen. Es ist vielleicht für euch auch nicht ganz so spannend, wenn hier nicht so viel passiert, oder? Er baut zum Beispiel, ist noch roh. Okay. Wieso ist denn Essen? Ja, Brot ist roh, also Brot ist gebrannt, also gebacken. Ja, was willst du denn? Willst du Schweinefleisch oder so? Hm? Das machen wir jetzt einfach mal, wird entschieden hier, Schweinefleisch. Ja, Dankeschön. So, und geben wir das mal. Ein Restaurant. Oh, das habe ich auch gemerkt. Wir haben gar kein Restaurant geplant. Also, es war früher irgendwie nicht nötig und jetzt ist es irgendwie ziemlich schnell nötig. Und ich würde es gerne dorthin packen, aber da habe ich ja ein Wohnhaus. Da ist besser ein Wohnhaus. Ich würde es gerne dorthin packen. Ähm, ich bin jetzt gerade sehr nachdenklich gerade, weil ich so viele Sachen noch vorhabe, eben dieses Gebäude hochzubringen, aber da müssen wir noch warten. Ich habe auch bei meiner Teststadt, die ich angefangen habe, schon mal alle Gebäude gebaut und sie ausser zwei Gebäude noch nicht hochgemacht habe. Ich habe ein Wohngebäude, damit ich ein kleines Kind haben kann in der Stadt. Und ich habe, ähm, das, äh, die Bauhütte noch abgegratet, um meine Stufe. Und sie ist sehr motivierend, die um meine Stufe hochzutreiben. Und nicht irgendwie das Gebäude da. Ist einfach für mich noch ein bisschen falsch. Wir können das gerne dann zusammen wordedit machen. Ich möchte wie nicht, also ich kann es einfach nicht zeitlich da ständig noch zu hocken und zu warten. Und werde das dann einfach nebenbei machen, wenn ich hier dekoriere schon mal. Aber man sieht so, das sind drei Zähne, die zu tief sind und deshalb ist hier so ein Mega-Krater. Na ja. Man wusste es halt nicht. Und das Eis ist halt immer vereist. Klar. Na ja. Und die Pferde sind immer noch hier drin. Also momentan ist er ein bisschen am Strugglen. Er ist doch hier drin. Okay, er holt andere Sachen oder so. Schauen wir mal in die Kiste rein. Genau. Also der Mod ist halt wirklich so ein bisschen grindy, oder? Aber da können wir halt nicht viel machen. So. Die anderen Sachen braucht er eventuell noch. Da haben wir noch Sperrband. Die er nicht mehr braucht. So. Und jo. Es macht einfach noch nicht so viel Spass, wenn ihr ja, klar, eben zuschaut. Für mich ist es irgendwie so, ich will endlich weiter sein, ich will endlich weiter sein. Und für euch ist es eventuell, oh, Drago macht dich weiter, weil der Mod halt auch nicht will und so Sachen. Eher nicht so motivierend, klar. Aber so ist es halt einfach. Der Mod ist jetzt nicht so gemacht, dass man halt hier ständig weiterkommt. Sondern, jo. Es ist so, dass es halt einfach alles ein bisschen geht. Es zieht sich anfangs. Später geht es schneller. Später habe ich zum Beispiel, was habe ich noch in der Teststadt. Wir können sie gerne mal anschauen dann kurz am Ende des Parts. Schaue ich sie mit euch noch ein bisschen an. Es gibt eben so Hilfsdinge. Also ja, ihr bekommt viel mehr Hilfe über. Ihr bekommt Quests über was ihr machen müsst und so Sachen. Jo. Und das motiviert natürlich auch noch umso mehr. Also jetzt momentan ist der Patchstand halt schon ziemlich geil fortgeschritten. Was ich jetzt auch noch nicht so sehe. Also ich sehe jetzt Quests nicht, weil wir die Stadt halt einfach vor dem Update gemacht haben. Ja, ich weiss. Es kommt alles. Das Wohngebäude müssen wir jetzt dann gleich machen. Ich werde es schon mal machen. So und zwar hier rein. Das sieht sehr gut aus. Der Weg ist eben... Also ich würde gerne eigentlich das Gebäude... Wie breit ist das Wohngebäude? Also das... Ich würde gerne das lassen und hier einfach dann noch zwei so... Ja, Meter Garten haben. Ich würde es gerne so lassen. Hier ist es zwar ein bisschen eng dann, aber... Ja, wir haben einfach nicht mehr Platz hier. Ich lasse das Gebäude so und ich habe es ja von hier gemacht, oder? Ich habe es von hier gemacht, ja. Dann schaut es auf die Seite vom Ding. Vom Rathaus. So, er macht es weiter. Ja, er ist hier... Ich habe es ja tiefer machen wollen, ja. Ich habe es ja ebenerdig hier machen wollen. Sieht schon gut aus, wenn man hier nochmals ein bisschen tiefer macht. Weil sonst wäre es hier überschüssig. Und das habe ich ja nicht so gerne. Weil hier auch der Weg durchkommt. Wir machen den Weg wahrscheinlich hier so durch. Oder auf der anderen Seite. Hier haben wir sogar ein bisschen mehr Platz. Oder wir machen zwei Wege, weil einer bleibt unten und der andere macht hier auf dem Hügel. Was könnten wir auf dem Hügel hier machen? Was gibt es noch für Gebäude? Es gibt noch eine Schreinerei. Es gibt so viele Gebäude. Aber was könnten wir so schnell wie möglich hier hochsetzen? Ein Lagerhaus. Wir brauchen unbedingt dann noch ein Lagerhaus, damit zum Beispiel der Bauer, also der Landwirt, dann auch die Weizen zur Bäckerei bringt. Wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht so getestet. Aber ich habe beide Gebäude dort auch schon und es sah nicht so aus, als würde er das selbstständig dorthin bringen. Dann müssten wir entweder manuell machen oder der Mod hat das einfach schon drauf und alles. Ja. Also da müssen wir noch ein bisschen testen. Aber ich sage euch, die Wüstenstadt, die sieht so geil aus. Schon Gebäude Nummer 1, also Ausbaustufe 1 sieht schon viel, viel edler aus. Aber die Inkas, die waren halt immer so unedel. Also es waren einfach Koppel und ja, vielleicht noch ein bisschen Holz. Aber mehr halt nicht so. Aber dafür sehen die Umgebung, also die Bäume auch sehr schön aus und so die Begebenheiten. Wenn jetzt das Gebäude hier 13 Meter höher wäre, es sieht einfach sehr schön aus dann. Ja. Und wenn wir dann das Restaurant haben, also die Taverne. Jetzt muss ich gerade überdenken. Ist die Taverne das Restaurant? Ich glaube schon. Dann sind die dort drinnen am Schlafen und hier. Ja. Gut. Und dann kommen auch irgendwelche Leute, die wir anhören können. Aber solange wir jetzt Kinder haben können und so, lasse ich die lieber nicht anhören, sondern wirklich die Kinder von diesen Leuten dann rausziehen lassen. Sonst gebärt niemand die Kinder sozusagen. Ich habe keine Schaufel. Du bist ja auch immer noch auf Stufe 1, deshalb musst du die Schaufeln haben. Und die Erde kann ich wieder nehmen. Was war das in der Axt? Ja, ja. Die Schaufel ist ja noch. Äh, die Axt ist noch dort. Gut. Ähm. Ja, und auch wenn ich mega lange Zeit einfach AFK war, das ist die andere Stadt. Einfach durch das AFK sein, habe ich da viele Fortschritte gemacht, wo ich einfach in dieser Welt jetzt nicht so sein kann. Ich will ja euch zeigen, wie die bauen. Und so. Das will ich noch ein bisschen zeigen. Und sonst tue ich einfach mal eben ein bisschen AFK sein und dann seht ihr halt einfach nicht wie gebaut wird. Ähm. Ja, jetzt nach, jetzt nicht wie vielen Gebäuden, drei Gebäuden und so, auch ein bisschen langweiliger geworden, klar. Aber ich will ja das Let's Playen und nicht einfach Videos zeigen. Oder ich will nichts Let's Showen oder so. Es hat einfach so einen geilen Mod, der motiviert, aber sehr lange dauert. Und ja, außer dass ihr jetzt nur Erde erbaut, ähm, ist es doch ein bisschen spannender, dass es erbaut. Aber erbaut hat immer Linien und Schichten und ja. Das ist halt. Linien und Schichten ist halt jetzt auch nicht das Beste zum Zuschauen, klar. Und wir können sicher mal das in einem Live-Team auch machen, wenn wir auch ein bisschen zusammenschreiben und reden können. Ich kann euch einen Discord einladen, wo ihr mitreden dürft, dann auch, wenn ihr euch benehmt. Nur wenn ihr euch benehmt. Leiten, okay. Ja, das habe ich natürlich noch nicht. Halt. Die Leitenden. Die Leitenden Herren. So. Gut. Jetzt modzt nicht mehr. Der hat ganz viel Essen. Hab ich mir vorher reingetan. Aber nur zwei Fleisch noch. Komm, damit du nicht rumhörst. So. Jo, noch tiefer, ey. Kann doch nicht sein. Sieht alles so uneben aus. So, damit ihr nicht rummeckert. Also eine Schweinefarm und dann einen Metzger, wenn es gibt. Gibt es Metzger? Es gibt Steinmetz. Es gibt Fleisch. Hm. Es gibt, also es gibt da diesen Kuhhof, Schweinehof. Das Schweiner Restaurant ist dort. Die Restaurant brauchen wir auch. Eine Bäckerei eben. Aber die funktioniert ja nicht, wenn sie nie das Weizen bekommt. Ja, Fischerei, also Fischerei würde eigentlich, eine Fischerei würde eigentlich Sinn machen, wenn nicht immer alles zu Eis wird. Ja, vielleicht macht er ja das Eis. Also machen wir die Fischerei hier links, oder? Aber es gibt eben keine Fleischerei. Es gibt eine Plantagen, einen Kaninchenstall gibt es sogar. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich am besten machen soll. Einen Friedhof gibt es auch. Zwischenlager. Also ein Zwischenlager ist eigentlich für uns, oder? Macht die automatisch dort die Sachen rein? Ich habe eben noch nicht so viel von Automismus gefunden hier im Motz. Also sie machen es einfach noch nicht. Also ein Schweinehof brennt das nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was sie denn mit dem Schweinefleisch machen. Sie müssen es ja irgendwo braten, aber... Hm. Also dann machen wir wirklich eine Schweine... Oder was passt? Eigentlich passt ein... Ja, dann machen wir eine Schäferhütte. Das passt viel besser. So auf das Gebirge. Und das machen wir wirklich hier hinten. Was haben wir hier geplant? Das Wester. Machen wir doch mal die... Machen wir mal die Schäferhütte hier hin. Und das auch ein bisschen höher. Nein. Machen wir das auch so tief. Ne, eins hoch. Nein. Machen wir jetzt zu doll wieder. Also nochmal Schäferhütte. Äh... Ach komm. Da. Ja, dann haben wir diesen Stab schon mal. Ähm... Ja, in die Richtung, oder? Ja, in die Richtung, oder? Oder in die andere... Ich fände es besser, wenn es in die Richtung ist. So. Gut. Dann haben wir hier... wenig Platz. Äh... Sind fünf, glaube ich. Nein, sechs. Sieben sogar. Sieben Platz. Wege sind meistens zwei. Ich glaube, ich mache die Wege immer zwei. Und würde deshalb doch passen. Dann haben wir gesagt, das Ressau, haben wir das gleich. Hier, ja. Und dann machen wir hier auch sieben breit, oder so. Würde mal empfehlen. Ich mache es mal... Oh, wo ist der Tisch? In welcher Breite hier? Boah, man sieht einfach nichts. Wo ist jetzt der Tisch hin? Hinter diesem Baum. Aha. Gar nicht mal so. Ja, ja. Wir müssen einfach mal kurz schauen. Wir machen es mal hier hin. Und das zwar in die Richtung. Jetzt müssen wir einfach die Absperrung noch sehen. Ist ein bisschen zu weit. Ja, es ist direkt anschüssig. Das heisst, wir müssen das viel weiter hinten. Und auch... Ja, nicht so nah. Nein, das reicht noch nicht. Mann, ich will nicht immer... Das ist so doof gemacht. Ich will nicht immer abbrechen. Und dann... Ja. Hier. Jetzt ist es aber irgendwie in die andere Richtung. Äh. Okay. Das... Das ist ganz komisch, dass es jetzt auf dieser Seite... Mann. Wenn das Platzieren einfach besser gehen würde. Ja, so ist es falsch. Hm. Ah. Also, dann hier irgendwo. Ja, ist aber zu weit weg. Es wird aber gut aussehen. Nur ein bisschen weiter in die Richtung hier. das sind 3, 1, 3, 6, 2 und hier haben wir auch 2, dann haben wir hier 3 3 und 3 dann machen wir also nochmal so ein bisschen zurück und hier haben wir 3, 2, 3 das ist gut in die Richtung und hier ist es ein bisschen zu weit aber es sieht so aus, als würde es in die Richtung gehen, das Haus aber ich habe es ja so geplatziert ja, gut und dann haben wir noch 1 rechts so, und ich hoffe, das sieht gut dann aus sonst werde ich böse, wenn der Mod dann einfach wieder sagt ja, es wird wieder tiefer gegraben, zu weit rechts, zu weit links oder so, aber es sollte eigentlich gut gehen ich schlafe mal kurz und schaue mal, wie weit er jetzt ist mit dem Graben das hat noch nicht begonnen, das wollen wir ja live sehen auch wenn es nicht so viel Spaß macht er hat noch nichts gebaut, gut ja, also dann haben wir das so ja, die Kalonieflöcke brauche ich jetzt auch nicht unbedingt das Beading Tool brauche ich den Cutter brauche ich ja auch eigentlich nicht ja den Strohballen brauche ich jetzt auch nicht mitzunehmen die können wir auch wiederholen so also, lieber Herr zeige doch uns mal, wie die Holzfällerhütte aussieht wie sagt man ja, sie sagt Horsthütte okay die Horsthütte die Horsthütte genau, austauschen die Anfangsbuchstaben und die Horsthütte, die ist sehr gut die sieht dann wirklich toll aus hoffentlich gut ja er braucht aber noch einige Zeit es motiviert mich auch sehr also es ist es ist immer so ein Andran ich habe einfach damals schon einen Mod ich habe mal ein Let's Play gemacht wo ja, auf einer Wiese in einer schönen Wiese das gemacht habe ohne andere Mods den Mod und seitdem ein bisschen vernachlässigt habe und so weiter und damals war der Mod natürlich noch nicht weit ähm jo es war aber schon viel drin also es es waren nicht viele Gebäude aber sie ja, waren eigentlich schon ziemlich gut gemacht und jetzt mit dem neuen Update habe ich irgendwie das Gefühl sie machen jetzt wieder mehr und eben sie wollen auch die Spieler natürlich noch mehr unterstützen indem man halt manche Sachen noch besser hat aber ich habe das Gefühl das geht jetzt nicht weil ich eine alte Stadt habe also eine Stadt vor dem Update das war ungefähr am 7. März oder so oder 5. März ist glaube ich das erste Update für diesen TMC Mod da ähm äh TMTMTSI oder so TMC ähm Mod äh ja gekommen also ich denke ungefähr am 5. oder am 7. März ist das Update erschienen und jetzt vor 5 Tagen das war also heute ist Samstag ich hoffe freue ich auch ja ich lade das Video noch hoch ähm am Dienstag ist es wahrscheinlich nochmal ein Update erschienen aber wahrscheinlich nicht so viel passiert ich habe am letzten glaube ich vor 2 Tagen noch gespielt genau so jetzt haben wir 21 bald gehen wir mal kurz rüber und ich zeige euch dort wie weit ich bin ja ja also du brauchst Schaufen du hast doch eine Schaufen eine Axt könntest du noch haben eine Spitzhacke du hast ja die Sachen ist das ein Bug die Pferde kommen einfach nicht mehr raus klar jo und ähm gibt es noch etwas zu sagen es ist eben jetzt eigentlich langsam nötig ah ja aber das Restaurant wollte ich ja noch zuerst mal dann halt einfach dort zu schauen vielleicht schon im nächsten Part können wir das nach oben treiben und dekorieren oder ob jetzt gerade ich weiss jetzt nicht genau was ich es ist halt das Schnee-Bio es erschneit alles auch wieder ein bisschen was hat er jetzt wieder für ein Problem ja nicht mehr erwähnen aber trotzdem macht er es immer wieder boah was lagerst du jetzt hier wieder drin oh die vielen Spitzhutten hier das Fleisch willst du auch nicht ja das ist ein bisschen ein Problem Crafting Table braucht er sicher auch noch ja mehr kann ich nicht Platz machen du brauchst zu viel ja okay wir können ja die Gebäude jetzt auch immer direkt wieder auf füllen mit den Rohstoffen die wenn es gebaut wird ja okay sieht doch nicht mehr so schön aus und zu tief rein mit dem Boden rein wir lassen das einfach so aber ich dachte eben es würde besser aussehen wenn es wirklich oben tiefer ist weil unten dann so einen Klotz hoch zu haben und dann nass ist das Gebäude das sieht nicht so schön aus also lieber so lassen aber er macht wirklich tief rein als würde das Holzfällerlager im Untergrund stehen es sieht doch nicht immer so schön aus aber man muss man muss stark bleiben und das wird am Schluss dann noch mal besser machen ja vielleicht macht er ja irgendwie da unten das Holzfällerlager oder wo die Stämme dann liegen aber hör jetzt auf so tief zu graben du hast hier oben alle Gebäude sind irgendwie einfach die Tische sind dann ja weit oben ganz komisch ich muss immer noch kurz auf die Maps schauen mich interessiert ob das ja gut geht dann hier so zu bauen weil die Stadt machen wir als zweites also es ist ein bisschen höher es ist definitiv höher Moment kurz 72 und hier unten ja ok das zeigt es nicht an aber ich denke schon das wird auch relativ gut wenn ich das dort die Gebäude dann wieder auf einer Seite so mega in der Höhe sind oder so tief sind dann auch eben dieses Ding habt ihr schon ein bisschen gesehen wenn ihr das Projekt da mein Kolonist Dimensional Adventure Mobpack Let's Play gesehen habt habt ihr schon ein bisschen das Design gesehen aber ich mache es natürlich wieder ein bisschen ja hat einfach neu also so ein bisschen es sieht anders auch aus weil es andere Blöcke sind vielleicht und so mal schauen und sonst einfach äh schreiben ja ich wollte jetzt nicht unbedingt so lange immer zuschauen müssen wie ich das nochmals mache weil für mich ist es motivierend und ähm ja ich möchte halt auch wirklich alles zeigen was der Mod so macht genau oh hier geht es noch runter rein oh Eisen du hast Eisen entdeckt kennt ihr diese Siedler 2 ihr habt Eisen ihr habt Kupfer äh nein nicht ihr habt äh Kohle entdeckt ihr habt Granit entdeckt ihr habt Gold entdeckt genau hier du hast Eisen entdeckt Zoconi hey jo vor allem interessieren mich halt die Inka schon mega ich kann mir noch nicht so viel vorstellen wie die Inkas aussehen aber ich denke es ist alles so in einem Art ja peruanischen Stil äh es ist noch Bolivien dort so eine Art also nicht Spanisch oder Peru ist ja auch ein bisschen Spanisch aber so tja so klotzig steinig und das interessiert mich einfach sehr das Ding und was mich am meisten interessiert ist dann die Baumhausstadt aber die machen wir als drittes und deshalb habe ich auch die neue Welt die ich zum testen also zum kontrollieren wie die Gebäude so aussehen und so wie tief man sie machen muss das ist der Ansporn gewesen habe ich wollte ich aber ich habe keine gute Wiese oder Wald oder Dschungel gesehen ich habe schon Dschungel gesehen aber dort in der Nähe haben wir auch einfach die Wüstenstadt gemacht ohne Sand und sieht noch gut aus auf dem auf der Wiese und auf dem Dschungel also werdet es gleich dann sehen ich denke jetzt können wir langsam rüber gehen der macht ja sowieso nicht viel außer Graben Hausbaum nicht Baumhaus sondern Hausbaum und jetzt und jetzt zählt ihr vielleicht auch ein paar Neuerungen also so erst einmal ja ihr seht zum Beispiel hier eine Universität schon also ein bisschen weiter und bei der kannst du mega gut forschen schaut euch mal das an was man alles erforschen kann das ist nur ein Baum oder und du kannst es rausfahren und da hast du so die Unterreiter und was und ich bin hier schon mal am Heiss und am Eisenschlagen Ding weil ich möchte unbedingt dass es schneller gebaut wird das werde ich dann wahrscheinlich auch machen wenn ich ja wenn ich die Städte mache dass ich einfach schneller bauen lasse aber ich sehe jetzt gar nicht wo das war ah Bauermarke Modi ja genau ich baue halt um insgesamt Level 3 um Level 3 Level zu erreichen Bedingung eine Diamantachst Lagermeister und so und eben mein Problem also ich habe euch noch zum Beispiel Kampf zeige ich euch noch Präzision Präzision machen wir nicht im 5 100% weniger Schlaf cool Kaserne genau Schilde für bestes Leder ist das noch so viel Ritter ja das ist geile Sachen also wirklich toll gut dann schlafen wir mal kurz das ist das Haupthaus und hier haben wir dann die Bauhütte und dadurch durch das ich einfach nebenbei im AFK sein kann joggen gehen kann oder essen gehen kann bin ich hier natürlich schon ein bisschen weiter die Felder die kannst du so also eine Vogelschöcher heisst irgendwie so 6 Meter Feld oder und ich bin jetzt momentan am das bewirtschaften und sie hat hier drinnen also die Barmarin hat hier drinnen ja das Weizen aber sie bringt das nicht hier hin auch nicht ins Lagerhaus das ist das dort hinten sie macht einfach gar nichts oder und sie hat auch Weizen drin aber sie packt auch nichts also man hat hier ein Ding oder ich weiss nicht was deaktiviert heisst also ob es jetzt wenn man drauf drückt wirklich deaktiviert wird aber dann macht sie ja trotzdem nichts oder so und es ist dunkel also mache ich wieder auf aktivieren und ich weiss gar nicht wie es weitergeht also der Brennstoff kann sie auswählen Minimalbestand vielleicht muss ich das auswählen mache ich mal Bierstapel ob sie jetzt irgendwie das Brot backt oder aber die meckern ja wiederum dass das Brot nicht nicht gebraten ist oder ich will kein Brot braten lassen ich will es backen lassen und hier habt ihr zwei Gebäude das ist Stufe 2 und das Stufe 1 und dieses grüne Teil ist wirklich aus Kakteen Green Cactus Exopanel wie lange ich gebraucht habe um die herzustellen bis ich gecheckt habe ich kann die einfach entschieden lassen aber im Singleplayer es geht wahrscheinlich nicht man kann im Singleplayer also im Survival Modus die Sache nicht herstellen man braucht Kreativ Modus und das war ja auch das Problem beim anderen Modpack ich werde es sicher dann wieder mal spielen aber dann muss ich die Sachen wirklich ercheaten und das hat wirklich in der Folge zeigen ich werde nicht cheaten wenn ich nicht es zeige so der Holzfäller der sieht auch sehr cool aus da frage mir überall auch so Holzsplitter auf dem Boden einfach Knöpfe und hier das sieht auch sehr geiler aus mit dem mit der Eichenholzfalltür und so und jo hier ist geplant glaube ich die Schreinerei Sägewerk okay Sägewerk heißt es klar ja hier ist noch ein Bock rein das ist das Wasser nicht abfließt also das Wasser eben abfließt und hier drin ist noch gar nichts ja ich würde gerne auch von hier ein bisschen zeigen wollen aber ja mit zwischendurch mehr AFK sein also mehr mehr nicht zeigen damit ihr ein bisschen vielleicht ein bisschen ja Motivation noch bekommt bei diesem schlichten Let's Play wo jetzt nicht so viel mehr passieren kann aber die Dekorationen und so kommen ja auch ins andere in die andere Stadt und alles hier wahrscheinlich auch genau schauen wir noch hier runter das sind immer so die Ebenen was wir machen und so sieht es also aus das Gebäude was wir im letzten Bad gemacht haben das Bergwerk jo ah ja ich zeige euch noch den äh den den Baumeister der Oberbaumeister da ist er was machst du ah du machst immer noch dieses Haus ja immer noch die Universität auf Level 2 möchte gerne was wollte ich zeigen ähm genau die Stats der hat wirklich 14 Athletik schon und 19 Anpassungsfähigkeit also sie gehen über 10 da bin ich glücklich gehen wahrscheinlich auf 30 oder auf 20 aber ja das finde ich cool wie weit bist du du bist jetzt hier am Bahn ok das sieht schon sehr schön aus so mit dem Boden also da wird Sicherung für 4-5 Meter hier hoch kann ich noch im Durchgang kommen und ich freue mich riesig euch das dann wieder im nächsten ja übernächsten Part oder so zeigen zu können aber es ist irgendwie falsch ich habe es so gesetzt oder in die Richtung ich habe es so gesetzt ja hier ist vorne oder ja ja und dort drüben ist der Eingang und nicht hier hier ist ja kein Durchgang und ich finde das ein bisschen komisch also der Mord hat halt noch seine Probleme nach irgendwie ich weiss nicht 10 Jahren hat er immer noch Probleme aber dafür ist es auch einer der aufwendigsten Mods und der cooleste Mod und ja wenn ihr natürlich noch mehr Mods kennt die wirklich toll sind dann schreibt es mal in die Kommentare und ja ich tue ja auch auf dem Server mehr Technik lernen vielleicht mache ich auch mal Create das Create Mod Pack oder Mod mal ein bisschen zeigen oder so aber da brauche ich sicher noch Zeit also da weiss ich nicht mal wie ich die Windmühle baue oder die automatische Mühle mit dem Wind ja es ist einfach zu komplex noch ohne Erfahrung hast du einfach nichts da weiss er wenn ich was machen sollst ja und das ist wirklich eine schöne Map also wir haben ja doch ein bisschen mehr Dschungel da oben bin ich gespawnt aber können wir noch kurz hierhin teleportieren ich glaube das crasht wenn ich das mache ok riskieren wir es mal nein es crasht nicht mehr gut das war ein Problem in letzter Zeit dass es mit rechts gecrasht also ein Savannen Menschen wieso haben das die Entwickler noch nicht gemacht die normalen Minecraft Entwickler oder ist ja mega geil ich mache mal hier auch ein Screenshot so gut und genau es hat halt kein höheres Stockwerk sonst ist ja immer noch ein kleines Stockwerk oben drüber sieht einfach geil aus sogar ein braunes Schal nein Pferd lol es gibt Pferde jetzt durch den Mod aber welcher Mod ist das Strukturs oder so Stukrise nein ist etwas anders aber auf jeden Fall einen ähnlichen Mod sieht aus wie ein Grabmal hier das ist eher eine Wohnhütte also Wohnzimmer äh Schlafzimmer ja es hat aber nicht so viele Sachen wo ist der Lut hin hier ist die Katze die gibt es ja im Original sicher das Huhn ja auch ja hier ist Esstisch und hier schöner Ofen cool also Dankeschön fürs Zusehen bis zum nächsten Part oder anderen Video oder so ja ich bedanke mich für ja die Hinschätzung Tschüss zusammen und ja viel Spaß noch Tschüss Hinschätzung Untertitelung des ZDF, 2020